hey leute willkommen zurück zu world of warplanes nur kurz zur info für alle die auch meine anderen projekte verfolgen ich hatte heute sechs sieben stunden stromausfall also da ohne strom kann man schlecht videos aufnehmen daher kommt heute nur warplanes aber morgen wenn ich durchgehend wieder strom abkommen wie auch wieder andere projekte ganz klar wir spielen jetzt mal ein ründchen mit der jak 7 das ist mein erster t stufe 5 flieger ich habe jetzt leider noch nicht hier die 37 millimeter und mir fehlen auch noch ein paar andere sachen bisher ist das eher so ein bisschen mau aber ich glaube mit der 37 millimeter könnte das durchaus schon besser werden die hat auf jeden fall richtig richtig bumms und was die wartung betrifft ja ich habe hier halt noch nichts drin weil mir eben die nötigen credits dafür fehlen aber gut drehen wir mal eben ründchen ich wollte einfach noch mal warplanes heute spielen und ja dann kann ich auch gleich noch ein video dazu machen warum nicht warum denn nicht ich habe momentan eh wieder so richtig 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 bock auf das spiel ich weiß gar nicht woher das kommt ich habe das die ganze zeit nicht gespielt jetzt spiele ich es wieder so ein bisschen die mehr ich das spiele desto mehr spiele ich und mehr und mehr und mehr spiele ich auf jeden fall macht das schon laune vor allen dingen so ab tierstufe 5 hat man auch durchaus mal ein paar mehr menschliche mit und gegen spieler der macht das gleich schon doppelt so viel spaß ab und zu spiel ich halt auch noch mal spiele ich ein bisschen was handel aber das ist alles bett rating maximal 1.7 das ist alles noch ganz am anfang ich habe ja auch schon mal überlegt ob ich nicht vielleicht zu war thunder let's play mache aber momentan ist halt so die luft was neue projekte angeht so ein bisschen dünn ich mache halt momentan schon so viel aber auf jeden fall mal gucken und wir haben tatsächlich hier ein paar mehr menschliche mitspieler ist doch schon mal ganz nett wir fliegen als erstes mal hier unten hin nicht da unten hin da unten hin genau da da gut und ja was ich mir überlegt habe vielleicht werde ich in zukunft mal so ein bisschen armoured warfare anstatt world of tanks bringen das gibt der ganzen sache mal so ein bisschen abwechslung und ja ich bin ja sowieso auch so jemand der ab und zu gern mal was anderes spielt auf jeden fall mal schauen ich weiß es noch nicht hundertprozentig ich werde zum hintenrum ein bisschen weiter auch what spielen und die ganzen anderen sachen aber ja dann seht ihr auch mal was anderes und ich auch und dann dürfte doch auch schon fast jeder glücklich sein ich stürze mich jetzt hier erst mal drauf mit meinen raketen weiß immer noch nicht genau wie viel man dafür wirklich braucht so ich glaube sechs habe ich fünf hätten glaube ich dafür gereicht weiß auf weiß ist natürlich nicht so dolle na komm schon so und da mein luftverteidigungsflugzeug noch den punkt haben wir auch schon aber auch schon das ist doch schon mal ganz guter start dann fliegen wir mal in die mitte auf jeden fall gerade wenn hier auch einige bots mit bei sind immer im spiel dann solltet ihr auch immer darauf achten euch auf die menschlichen spieler zu stürzen weil die werden sich mit sehr großer wahrscheinlichkeit direkt auf euch stürzen bots kann man einfach so ein bisschen mitnehmen aber ja ich habe das jetzt so oft dass ich gleich von zehn gefühlt zehn menschen umkreist werde die mich alle vom himmel holen wollen was ich natürlich ein bisschen ja das kann man gut finden und das kann man schlecht finden auf jeden fall die sache mit dem mit dieser elite spezialisierung dass man das auch sieht hallo kollege der wendekreis von dem ding ist jetzt hier nicht so dolle oh ja gut und natürlich leronex hat mich vom himmel geholt es war natürlich ein mensch gut aber ich habe jetzt auch ein bisschen zu viel geredet auf jeden fall müsst ihr wirklich das problem daran ist man sieht halt dann immer direkt sofort ob das jetzt ein bot ist oder menschlicher spieler das ist so ein bisschen der vorteil oder auch der nachteil je nachdem wie man sehen will ich glaube wenn ich dann eine elite spezialisierung hätte würde ich das ganze schon als nachteil sehen wenn man halt noch mit einigen bots sonst rum spielt weil dann sieht das sieht man sofort auf distanz da muss man auch nicht genau auf den namen schauen oder so da weiß man sofort an dem symbol am flugzeug wer da ein menschlicher spieler ist und wer nicht gut da unten sind sie jetzt zu gange ich würde mal sagen wir sacken die erstmal nochmal alle weg oder ein oder wie auch immer und dann ach da ist ja mein freund er brennt und er qualmt und das sollte es für dich gewesen sein ja gut wo war der andere hier das ding ist jetzt glaube ich nicht so wenn ich habe mir das noch gar nicht genau angeschaut eben weil ich es halt auch noch nicht komplett ausgebaut habe da muss man echt mal schauen oder oben schwirrt eine menge rum oh nein das kannst du knicken kollege nicht head on bei dir er brennt das ist doch schon mal ganz okay können wir dir mal ein bisschen mitgeben jawoll da müsst ihr auch ganz genau aufpassen mit wem ihr euch da head on anlegt wenn da so ein schwerer jäger ankommt das sollte man nicht machen steffen hat mich abgeschossen aber der steffen war doch jetzt ein bot oder aber eine u87 mit den geschützen da drunter mit der sollte man sich auch nicht frontal anlegen wobei das ist auch eher so ein sturzkampf flieger boom and zoom heißt das glaube ich ist eher unwahrscheinlich dass man die frontal anfliegt sollte man sowieso nicht machen gut was machen wir die sind in der mitte sind eine menge in der mitte das ist jetzt echt die große frage was machen wir denn jetzt hier glaube wir sollten vielleicht auf jeden fall die mitte verteilen ja jetzt haben sie die eingenommen gut liegen wir da hin warum nicht kommt da irgendwas in meine richtung da muss man auch immer nachschauen deswegen ich habe teilweise auch zwischendurch das einfach nicht gespielt das war mir eigentlich schon zu hektisch ganz ehrlich immer dieses umschauen über einen unter einen seiten und alles muss mal gucken bei warships oder world of tanks ist das halt schon alles sehr viel entspannter wir kriegen hier voll auf die nase wie es scheint ich kriege in letzter zeit sowieso da nähert sich einer aber gut das war die flugabwehr und wir müssen jetzt aufpassen wow dass das gepasst hat wow ja ich musste den flieger wirklich ausbauen und ich glaube ich warte erst auch wieder bevor ich den hier im let's play spiele ich überlege mir sowieso ob ich nicht vielleicht dann die flugzeuge erst im let's play spiele wenn die komplett ausgebaut sind auch mit ganzen wartungszeug und habe da nicht gesehen ich habe jetzt hier auch schon die ganzen sachen mit drin sollte ich vielleicht auch erst mal rausnehmen weil ich habe nur 100.000 credits und gerade am anfang ist es vielleicht nicht so ratsam da schon wirklich alles reinzubauen ich nehme jetzt einfach mal hier den bomber sb habe ich ja bisher auch noch nicht gespielt schnappen wir uns mal den mal gucken ich habe jetzt bomber auch noch nicht so viel gespielt ist jetzt auch nicht so spannend ich habe eben schon kurz überlegt zeige ich bomber im let's play oder zeige ich bomber nicht im let's play ich weiß nicht wollt ihr bomber sehen dann schreibt mir doch mal einen kommentar ich würde sagen dass das jetzt nicht unbedingt so spannend zum zuschauen so luftkämpfe sind da doch um einige spannender und die wartezeit beträgt gerade mal 25 sekunden aber das wird wahrscheinlich gleich wieder angepasst eine minute 50 natürlich von 25 sekunden auf eine minute 50 hoch da wollte ich das spiel gerade mal loben dass man hier schnell match findet dann trollt mich dass sie einfach unglaublich aber gut knapp 40 sekunden ist noch voll im rahmen wie gesagt ab und zu spiele ich halt auch noch mal so ein zwei ründchen wars händer alle paar tage mit den flugzeugen ich habe heute auch mal ein ründchen mit den panzern gedreht aber nichts spezielles halt nur mal um so ein bisschen gefühl für das spiel zu kriegen und das macht mir auch sehr viel spaß auf jeden fall es ist halt nur wirklich was anderes und das finde ich halt auch richtig gut ich glaube wir fliegen mal wir fliegen war da unten hin wir sollten vielleicht dahin fliegen wo unsere kollegen hinfliegen das wäre vielleicht eine maßnahme auf der anderen seite die fliegen gleich alle da oben hin den punkt haben wir dann eh schon eingenommen glaub ich sollte man lieber nach da unten fliegen und hier an höhe gewinnen und dann bisschen bomben also ich habe jetzt auch in dem bomber keine geschütze vorne ich habe hier ein paar kanzeln da eine kanzel ich habe hier vorne kanzel da unten ist noch mal geschütz so gehen wir erst mal auf 2000 meter ich weiß auch nicht wie hoch ich am besten mit den steigen sollte sehen wir jetzt auch immer hier wenn man alt drückt zum beispiel dann ob das kleine oder mittlere gepanzelte bodenziele sind ich glaube ich gehe jetzt einfach mal auf den mittleren und werfe da dann gleich vier böhmchen ab ein mausrad kann man halt rein und raus suchen für den ein oder anderen das vielleicht noch nicht weiß so das hätten wir einmal dann bitte da noch mal dann hätten wir das auch oder das haben wir schon eingenommen oder wenn meine bomben einschlagen und jetzt habe ich keine bomben mehr gucken wir mal ja kam gar nicht mehr an da habe ich momentan auch so ein timing problem ich habe jetzt bomber noch nicht so viel gespielt aber auf jeden fall teilweise werfe ich bomben ab aber die kommen dann halt gar nicht mehr ein an weil der punkt schon eingenommen wurde muss mich ja mal ein bisschen umschauen das ist ein blenheim f ja zu der zu dir will ich nicht ich kann nicht verzichten man ist halt wenn die höhe da im roten bereich ist dann ist das nicht mehr die optimal höhe oder irgendwo ist jedoch einer unter mir wir konnten die denn jetzt so schnell den punkt da einnehmen was ist denn da gerade passiert haben die da auch dicke bombe b5 34 also das hört sich irgendwie nach bombe an und ich mache jetzt in dem bomber auch nicht so viele punkte also ich muss mir da auf jeden fall noch mal irgendwas zu angucken oder habt ihr vielleicht tipps für mich was bombe angeht wäre ich auf jeden fall sehr dankbar ich glaube ich nehme da da kreis schon wieder irgendwer bei mir rum aber ich würde fast sagen er ist unter mir hauptsache ich kann jetzt hier meine bomben abwerfen und ich krieg ein bisschen unterstützung sollte mich vielleicht auch auf die flak konzentrieren mein schütze ist verletzt so das waren dann mal die bomben wir gucken jetzt noch mal Luftverteidigungsflugzeug ist da ansonsten so 17 ist da hinten so ist allerdings ist das ein jäger oder ist das schwerer jäger oder ist das ein bomber der schütze ist wieder fit so und natürlich bei bombern laden die bomben sehr viel schneller nach als bei anderen als in anderen flugzeugen einfach weil man halt mit den bomber nichts anderes macht da ist eine duo der will glaube ich zu mir gut ich versuche jetzt hier auf jeden fall nochmal jetzt rüber ziehen ja da ist wohl einer hinter mir dann fliege ich halt noch ein bisschen höher aber ich mache jetzt hier auch nicht wenn man uns da oben den kreis anschauen so viel schaden an den bodenzielen alleine bin ich ganz schön auf verlorenen posten und ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen langsam geworden immer umschauen da ist ein Luftverteidigungsflugzeug da ist wieder die duo zwei sekunden ich hätte schon längst wieder drehen müssen aber wie gesagt das ist halt immer noch so ein bisschen so ein timing problem für mich und gerade der bomber hier begeistert mich nicht so wirklich vielleicht stelle ich mich auch einfach nur blöd an könnte durchaus sein da schmalken ja und wir verlieren hier wieder voll so richtig Lawine yeah ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee alleine irgendwo hin zu fliegen guck nochmal eben ja da hatten wir doch schon wieder Besuch jetzt steigen wir halt noch ein bisschen höher ja strengen sie sich an das ist jetzt sowieso gleich gegessen Krömungsabriss so was haben wir denn hier noch ein kleines Ziel na komm werd mal ein bisschen schneller sonst werde ich hier gleich vom Himmel gepflückt die Flak muss da auf jeden Fall weg drei sollten doch reichen oder ich guck mal wie viel Schaden mache ich da denn jetzt dran ja dafür hat es gereicht dafür auch fragt sich jetzt ob auch zwei reichen würden vielleicht vielleicht schmeiße ich auch einfach noch zu viele Bomben ab das könnte natürlich durchaus sein ich glaube ich muss mir da vielleicht auch nochmal das ein oder andere Video zu anschauen weil da steige ich noch nicht so richtig durch das kommt sieht mir alles sehr schwach aus ich sag's einfach mal so ich hab den hier jetzt schon komplett ausgebaut aber irgendwie ist das alles nicht so toll so machen wir da mal drei drauf machen wir da jetzt mal zwei drauf und machen wir da jetzt nochmal die restliche drauf und dann jetzt muss man einfach auch ausprobieren da steht halt auch nirgends so das konnten wir weg machen das was war das das hat nicht getroffen warum sah das grad so komisch aus ich bin verwirrt ok wir haben gleich wieder Bomben ich flieg hier einfach nur immer über den einen Punkt werft Bomben ab aber ich oben ihr seht's ich krieg das hier einfach nicht hin aber da sind halt auch zu viele Feinde ich würd jetzt gern nochmal ja ich schmeiß da jetzt alles drauf das ist jetzt sowieso vorbei der Sturm ist zu schwer haben sie verstanden da ging aber eine Menge wieder daneben also ist halt die Frage ob das jetzt von mir war oder nicht hm ok aber immerhin 6285 persönliche Punkte ich glaub das waren bisher die die meisten Punkte die ich mit dem Bomber gemacht hab ich hab auch schon den 4er Bomber mir geholt aber ich glaub da hab ich noch nicht alles ich wollte erstmal den hier noch zeigen ich werd da auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren also ich bin wirklich was Bomber betrifft für Tipps und Tricks wirklich offen teilweise kann es sein dass die Bomben manchmal auch einfach nicht treffen oder liegt es wirklich daran dass ich nicht gezielt hab aber eigentlich fahr ich immer drauf zumindest glaub ich das na nun gut 26.000 Credits eingenommen paar gingen dann raus und ich werd schon wieder in Rotte eingeladen ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß das war es erstmal wieder von mir und bis bald